Das ist so belastend! Die alleine die Guard-Break dich aus der Ferne, das finde ich schon sehr lästig ehrlich gesagt. Ja, genau. What a parry, WV-Ein-Gott! Nein, meine Ausdauer! Ah! Oh mein Gott! Oh! Oh! Boah! Irgendwie sind alle so krass, heute. Hehehe, boah! Was? Ich hab ihn aufgeschützt! Oh! Ey! Nein! Keine Ausdauer mehr! Aaaah! Ich hab übrigens nur gewonnen, weil der Typ runtergefallen ist und ich ihn einfach angreifen konnte. Achso, du bist dann auf und rauf gesprungen. Ja, genau. Deswegen hab ich gerade die Runde gewonnen. Gib noch mal einen von deinem Besten. Von meinem Besten. Ja. Moin. So viel Vorbereitung für ihn. Der war gut. Aber der war auch clean. Der war schon ziemlich clean. Hat sich gut angehört. Ah, da ist er doch. Oh no. Orochi und Centaur. Der Centaur einfach nur nach hinten dodge. Haha. Centaur. Ja. Das ging Orochi schwer. Dann komm, dann leite mich zu Tode. Ja. Was? Was kannst du nicht mit mir machen? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ich die Flamme gesehen hab, dachte ich, es wäre vorbei. Runde 2. Oh mein Gott. Ah, der wollte ich eigentlich abbrechen. Ja, Mann. Starkes Ding. Ja, bei mir war es, er hat mein, ich bin ihm ins Gesicht gesprungen und er hat das abgebrochen. Also mit einer Heavy und dann war es halt vorbei. Finde ich. Weil dann habe ich nur noch Leidz ins Luftgebrick. Aber du machst das. Brichst du da eigentlich Sachen ab oder war das gerade einfach alles durchgezogen? Ne, das war alles durch. Im Orochi. Was, ne? Kann ich dodgen. Hat er nicht gemacht. Ach komm. Das ist assi. Ach, Mann. Verkacke. Ja, ich habe auch verkackt. Fuck. Ach, Mann. Es wird so schnell. Vor allem immer dieses nach hinten und dann nach vorne. Ich weiß noch nicht ganz, was man dagegen macht. Wahrscheinlich ausweichen, aber ich will ja nicht die ganze Zeit ausweichen. Das ist Bock nicht. Runde 4. Ah, nein. Uff. Oh. Oh. Ach, einfach immer nur ausweichen. Das funktioniert einfach auch. Der war gut. Das ist so belastend. Alter. Einfach diese Light Parries. Oh. Ey, das war so belastend. Ja, das stimmt. Komm. Oh Gott, ich hatte das Menücode auf. Wow. Und da war der Deflect. Oh mein Gott, jetzt war kackig. Ach, der f***t mich die ganze Zeit. Das ist so lächerlich. Immer dies zurück und nach vorne. Da kannst du dir nichts machen. Ciao. Da bin ich. Da bin ich. Bis zum nächsten Mal.